Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914, hier wieder aus den Südstaaten. Wir haben jetzt in der Nacht hier oben noch ein bisschen was erobert. Wir haben ja hier Kujari, also hier oben das Ölgebiet erobert und dann hier hinten haben wir noch Inukyak erobert. Wir sind jetzt dabei hier oben das kleine Gebiet hier noch zu erobern, Kangrisuk. Und danach wird hier das Gebiet noch fällig sein. Unser Schiffchen ist dann auf dem Weg drumherum. Dann sind wir dabei hier Portsmouth wieder zurück zu erobern. Unsere Truppen verlagern wir momentan sonst nach hier oben, um hier oben noch ein bisschen mit eingreifen zu können. Da ein bisschen Stress zu veranstalten, werden hier oben noch Wasau erobern, um dann dort auch noch ein bisschen Getreide zu haben. Und dann dürfte sich das Spielchen, also unter der Voraussetzung, das Kanada hier an sich natürlich irgendwo mal dann endlich einmarschiert, dürfte der ganze Fall dann auch erledigt sein. Ja, Mexiko spielt immer noch mit seinen Freunden. Ist da immer noch fröhlich dabei, ziemlich viel kaputt zu machen, ziemlich viel zu stressen. Hatte hier in der Nacht noch einen venezuelischen Trupp, wieder bombardiert. Hat da auch noch entsprechend wieder viel zerstört. Wir sehen hier oben ist auch nochmal ein Trupp von Venezuela. Und dann wird es aber auch langsam mit den Einheiten von Venezuela, ich will nicht sagen schwierig, er hat ja noch eine ganze Menge, aber er hat auch eine ganze Menge verloren. Also das war schon sehr teuer für Venezuela. Dann haben wir hier oben ja noch den kleinen Trupp aus Bolivien. Ich bin ja mal gespannt, wer dort oben in Kuba-Alm marschiert. Eventuell macht es ja auch Mexiko, dass die Übersetzen hier haben jetzt die Möglichkeit zu reagieren. Hat ja hier unten das Schiff, um hier ein bisschen Vorbombardierung zu machen. Könnte dann mit der Artillerie übersetzen und ähnliches. Also da würde schon einiges gehen. Je nachdem, wie viele Geschütze er mehr oder weniger noch frei zur Bewegung hat. Im Moment ist es nur... Ja, hier unten sind es sechs Stück, die er da noch zur Verfügung hat. Also das ist schon noch ein bisschen was. Da kann er auf jeden Fall noch ein bisschen stressen. So. Dann haben wir hier unten das östliche Südamerika. Da ist jetzt natürlich nicht so sonderlich passiert. Da spielen ja alle da rum mit Mexiko. Dann haben wir hier wieder die normalen Versammlungen. Die kennen wir ja alle schon. Hier hinten die Gebiete, wo mal Deutsch-Tanzania drin war. Die haben sich alle wieder beruhigt. Haben sich alle erholt. Da sind also auch keine Revolten mehr zu erwarten. Jetzt bin ich natürlich mal gespannt, nachdem ja hier oben ein Großteil in Afrika ja nun mittlerweile vernichtet ist. Also... Mich würde halt klar interessieren, wer hier von wem in welcher Form im Bündnis noch zusammenhängt und wer jetzt eventuell hier wen noch auseinanderbastelt und wohin die ziehen würden. Also wenn man hier oben mal so den Blick wirft, hier sammelt sich ein Riesentrupp. Wäre also natürlich möglich, dass der nach Italien auswandern möchte. Er hätte ja auch ein paar Infanteriesoldaten da, hätte auch einige Stütze da, ein bisschen Panzerwagen etc. So, dann gucken wir mal auf unser armes kleines Schweden. Das Schweden ist mittlerweile auch fast komplett weg. Griechenland und Österreich sind da so ziemlich durchmarschiert und haben da viel erobert. Also entsprechend sollte ja klar sein, dass Italien, Österreich und Griechenland ein Bündnis miteinander haben. Ist halt bloß noch die Frage, wer sonst noch da mit drinnen hängt. Viel Gefahr aus Persien droht wahrscheinlich nicht mehr. Die sind ja hier hinten immer noch im Krieg und haben da ja auch schon ein bisschen was verloren wieder von dem, was sie mal erobert haben. Ja, dann geht es weiter hier Richtung Asien. Ja, wir sehen hier auch, ist auch wieder ein Land komplett verschwunden. Und Neuseeland darf sich jetzt auch so gut wie verabschieden. Es ist nur noch die Hauptstadt übrig, nur noch Wellington. Danach ist es auch vernichtet. Hier oben hat Niederländisch, Neuguinea sogar noch die KI mit erobert, die da unten rumgeschwört ist. Also von daher ist der mittlerweile sehr, sehr groß, sehr weit verbreitet. Können wir noch einen kurzen Blick in die Zeitung werfen, was wir da noch alles Schönes rauskriegen. Venezuela, Peru. Naja, Peru oxidiert noch irgendwo ein paar Einheiten rum hier auf dem Wasser. Ja, die gut Venezuela jetzt weggehascht haben. Dann haben wir hier Irland, Schottland. Russisch-Kasachstan gegen Persien, da hat Persien 62 Einheiten verloren. Das ist halt viel. Das ist halt richtig viel. Dann sind wir hier unterwegs in 29 zu 141. Dürfte sich auch noch ein bisschen verändern. Dann haben wir hier uns mit 19 und den Gegner mit 32. Dann haben wir Tasmanien gegen Niederländisch-Indonesien. Das ist unten das kleine KI-Gebiet gewesen, was er da erobert hat. Dann führt er hier oben auch noch Krieg gegen Niederländisch-Neu-Guinea. Dann haben wir hier wieder diese schönen Brocken, Venezuela, Mexiko, Venezuela 138 und Mexiko 3. Also das ist schon eine ziemlich heftige Ansage. Dann haben wir hier noch ein bisschen Krieg, Konfederierte-Staaten gegen Kanada. Und ansonsten viel, was gebaut wird. Österreich, Schweden. Russisches Reich, Persien. Da hat Persien 58 verloren. Das ist halt auch sehr viel. Mexiko wird auch entsprechend von vielen Spionen belästigt, um es mal so zu sagen. Aber noch ein paar Revolten. Ein Spieler, der inaktiv geworden ist. Russisches Archangels. Das müsste irgendwo im Norden liegen. Chinesisches Reich und Persien. Da mischt sich also auch noch eine ein. Hier, das ist Persien. Ihr kriegt also wirklich hier von allen Seiten so ein bisschen auf der Mütze. Ob da noch dauerhaft viel machbar ist. Russisches Archangels. Ja, das ist hier oben das Gebiet. Das ist gar nicht mal so ein schlechtes Gebiet. Das ist ja auch sehr groß und sehr... weit verbreitet mittlerweile. Wir erinnern uns, wir haben mit acht Provinzen begonnen. Ja. Dann ist das momentan soweit der Stand. Wir machen ein kleines Päuschen. Bis dahin sollten wir dann hier unten auch das Gebiet zurückhaben. Sollten eventuell hier oben einmarschiert sein. und haben eventuell dann auch schon hier Wasau erobert. Na, mal gucken. Die Artillerie. Ich hoffe dann, wie gesagt, dass Kanada hier noch einen Trupp runterzieht. Dass der dann das da erobert. Dann können wir hier hinten sogar noch mit der Artillerie ein wenig Unterstützung bringen und liefern. Aber das liegt ja nicht an uns. Wie gesagt, ich hatte ja eh schon die Hoffnung, dass Kanada ein bisschen schneller vorwärtskommt. Aber okay. Machen wir erst mal einen kleinen Cut. So, wir sind wieder zurück. Ich habe hier Frieden gemacht mit dem anderen Land. Das sind ja hier alles Provinzen, die ja eigentlich an Kanada gehen sollen. Und bevor hier hinten der hier nochmal blöd rumkaspert, habe ich gesagt, okay, mach Frieden. Und dann sollen die sich da oben alleine rumärgern. Das wird schon passen. Wir sind ja hinten noch mit Britisch-Kanada beschäftigt. Sind auch gerade dabei, hier auszuschiffen und hier rüber zu kommen. Unser Schiffchen ist auch fast da. Kann da oben noch ein bisschen Stress verbreiten. Dann werfen wir mal einen kleinen Blick hier unten nach Südamerika. Da ist halt Mexiko noch beschäftigt, hier irgendwo ein bisschen rumzubomben und die Leute ein bisschen zu nerven. Dann haben wir hier Afrika. Oh, das sieht hier nach einem neuen Krieg aus. Oh, dann müssen wir gleich nochmal die Zeitung gucken. Dann haben wir noch Europa. So, Schweden hat sich erledigt. Schweden ist damit auch weg von der Karte. Ein weiteres Land, das gegangen ist. Persien löst sich auch langsam auf. Dürfte dann auch bald gehen. Hier hinten spielt Japan jetzt auf einmal mit. Okay, hier ist dann Eusoro noch viel Highlife. Gucken wir dann da jetzt noch dran ist. Neuseeland hat sich auch verabschiedet. Also noch ein weiteres Land, was ja gehen darf. Und dann ist hier die Frage, was hier drüben noch halt abgeht. Das ist ja für uns wesentlich interessanter. Insbesondere, was Mexiko noch alles machen kann und wie stark sie die da drüben noch ärgern können. Das führt ja letztendlich keinen Weg dran vorbei. Er muss ja hier irgendwo rein. Das ist natürlich für ihn auch ganz wichtig und sehr, sehr heftig. Bin ich gespannt, wie er das anstellen möchte. Das gucke ich mir auch gerne noch an. Aber soweit, naja. Kurzer Blick in die Zeitung. Hier wieder irgendwas geschriebenes da. Uninteressant. Chinesisch Reich Persien, 3 zu 24.000. So, jetzt muss ich mal die Union von Südafrika suchen. Ich hoffe, dass ich sie finde. Uninteressant, uninteressant. Beziehungsweise, naja, was heißt uninteressant? Es ist halt weit weg. So. Also Persien ist mit seiner kompletten Nachbarschaft im Krieg, so wie das aussieht. Da ist ja wirklich alles. So, der Krieg hier ist beendet. Gucken, was er jetzt als nächstes veranstaltet. Ecuador baut Fabrik. Jetzt finde ich die Union von Südafrika nicht. Ne, ich finde die. Ne, finde ich so auf die. Die weiß ich nicht. Also da muss ich nochmal in Ruhe suchen. Da jetzt hier neue Spieler vom Platz gegangen sind, müssen wir auch erstmal gucken, wie der allgemeine Zwischenstand ist. Wer denn jetzt noch alles weg ist. Also wie viele jetzt überhaupt noch auf der Karte rumspielen. Also hier hinten, das hier macht mir noch Sorgen. Also das ist, ja, nicht gerade unklein. Sagen wir es mal so. Ja, wir müssen uns da auch ein bisschen regenerieren. Wir haben hier teilweise durch das Rumgekasper sehr viele Einheiten verloren. Teilweise auch ein bisschen unnötig. Und so, das nervt mir ja schon ein bisschen. Aber gut, kann man nichts machen. Ist halt so, muss man mit Lehm. Jetzt heißt es schnellstmöglich hier den Rest von Britisch Kanada erledigen, damit der auch hier verschwunden ist. Und danach werden wir hier drüben in diesem kleinen Gebiet hier noch spielen. Das erobern. Und mehr oder weniger auf dem Rückweg unseres Schiffes werden wir noch Hamilton mitnehmen. Und das dann mit erobern. Und danach werden wir uns wohl erstmal ganz heftig und ganz massivst erholen müssen. Vor allem erstmal wirtschaftlich ein bisschen ausbauen. Und dann werden wir gucken, vielleicht da oben Richtung Norwegen. Oder vielleicht auch Europa. Vielleicht kommt uns auch einer besuchen. Vielleicht aber auch Südamerika. Ecuador soll ja ein schönes Land sein. Vielleicht kann man da auch einmarschieren. Haha, viele Grüße an dich so ganz nebenbei. Ich weiß ja, dass du zu guckst. Vielleicht komme ich dich besuchen. What's up? So, jedenfalls, das ist das, was wir momentan machen können. Und von daher sage ich erstmal Tschüss und Bye, Bye.